Hallo meine lieben Max Payne-Freunde. Boah, es ist lange her, dass ich zuletzt gespielt habe und ich muss gleich mal kurz den Sound ein bisschen leiser drehen, okay. Ähm, ja, es ist glaube ich eine Woche her, oder so, dass ich gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass wir mit den Russen da gemeinsam eine Sache gemacht haben, ne. Wir haben dieses Boot gestürmt, diesen einen Russen umgebracht und wir haben jetzt hier die geile neue Knarre, Cold Commando. Diese M4. Und, äh, ich bin bereit, Baby, ich bin bereit. Oh, oh, okay, Gott. Ich bin noch nicht bereit, Hilfe. Äh, Moment. Ähm. Moment. Einen Moment, ich muss kurz nochmal gucken, was war die Steuerung. Warte mal. Okay. Äh. Äh, ja. So. Was habe ich eben noch gesagt? Ich bin bereit. Äh, ich bin... Hä? Hä? Warte mal gerade. Ich muss... Hä? Ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss. Hä? Okay, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ähm, ich werde mal kurz gucken. Ah, hier, okay. Gut. Äh, alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo geht's denn lang? What? Hä? Was? Was ist denn das denn? Ah! Ah, hier lang. Oder was? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Was ist das für eine Mission? Okay, okay. Warte mal, warte. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe hier gespeichert. Äh, oh mein Gott. Hä? Was ist das hier für eine fucking... Oh, die Mission ist ja beschissen, Mann. Die fuckt mich gerade voll ab. Die fuckt mich gerade richtig ab hier, die Mission. Was ist denn das für ein Scheiß? Boah. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Oh, die Trial and Error Mission hier. So, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alles explodiert hier. Shit. Oh mein Gott. Okay, das ist auf jeden Fall eine richtige fucking Trial and Error Mission. Und wir werden hier noch bestimmt ordentlich sterben. Okay, okay, okay. Hier durch. Alter. Ich weiß nicht, wohin. Hä? Äh, es ist falsch. Hä? Hä? Gut, ähm. Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Okay. Ja. Oh Gott, da kam so ein Ding raus. Ey, die Mission, die ist doch zum Kotzen hier. Fuck die mich ab, ey. Richtig, richtig abgefuckt. Hä? Und jetzt? Und jetzt? Woher lang? Woher lang? Was? Hä? Hä? Äh, okay, hier lang. Ja, genau. Leck mich fett an meinem Arsch. Ich wusste, es war, dass ich mich verbringte, um mich zu holen. Okay. Okay. Das Gefühl war mutuell. Er war versucht, meine Flamen mit Gasoline zu holen. Jesus. Boah. Du ne Drecksmission, ey. Hä? Okay, es blockt, ähm. Was haben wir hier denn? Ingram. Oh, Ingram Ammo ist full. Dann nehm ich die mal direkt. Max Payne, ein Programmierer. So sieht er aus. Okay. Leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Oh Gott, da ist noch einer. Oh boy. Oh boy. So. Sagt sich bereits, dass ich ungefähr ne Woche nicht gespielt habe. Und die Ratten hier, weg damit. Und der Kammerjäger Payne. Service Elevator. Hallo. Gut, ähm. Ich muss hier runter. Äh. Shit. Whoa. Whoa. Okay, okay, okay. Boah, die Ingrams, die gehen so schnell leer. Okay. War's das hier gerade? Gut. Ah, die Ingrams, die sind so, so geil. Aber die gehen auch sehr schnell leer. Ja, ich muss ein bisschen haushalten hier. Okay. Dann werden wir den abwassern. Guck mal, der hier. Der alte Penner, ey. Alter. Das ist mir immer noch eine geben, weißt du? Wo, 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 wo ist der andere? Hä? Ich will oben lang gehen, weil ich, ähm, kurz looten will. Boah. Oh. So. Ah. Wo ist denn der nächste? Was? Was? Oh mein Gott. Ah. Diese Bastarde hier oben. Ich hasse die Leute hier. Die geben dir immer noch einen mit, weißt du? Du bist eigentlich schon so außer Range und keine Ahnung, außer Sicht und whatever. Und dann geben die... Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Im... Während des Shoot-Dodgens hat er mir noch einen gegeben, ey. Es ist unglaublich. Kurz ein bisschen warten. Shotgun-Ammo ist voll. Ich brauche ein bisschen, äh... Commander-Time. Okay, jetzt wird's böse. Shit. Shit, shit, shit. Okay. Okay. Boah, die Knarre ist so geil. Die Knarre ist so geil. Die schießt nicht so schnell, aber dafür sind die... Die Schüsse so effektiv wie so eine Desert Eagle. Very beautiful, very beautiful. Okay. Was haben wir hier? Ah, shit. Alles klar, machen wir hier Geschäfte mit, äh... der russischen Mafia. Die Knarre groaned mit dem Schäften. Die Garten-Lights flickered nervöslich. In der Licht, die Fallen-Snow war schäflich. Before die Schmerz aided auf. Ich habe gehört die Geschäfte. Die Trio waren Mad Dogs. Die Hände hingen die Hände über die Manor-Gates wenn die Kappel nur die Hände lassen. Punchinello wollte Pain. Sie sehen die Pain. Got a punchline. The trick in meinem Situation war, dass es kein Trick war. No matter what die Filme sagen. No rules, no secret Mantra, no Roadmap. Es war nicht so, wie smart oder wie gut du warst. Es war Chaos und Glück. Und jemand, der sich anders war, war ein Fühl. Alles, was du gemacht hast, war es zu halten. So lange und so hart, wie du kannst. Someone hat graciously left the back door open for me Lips. Vince Mignano, Pilot Providence aka Big Brother. Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand. Piercing the skin. Knowing me to the bone. So geil, das ausgerechnet der schwarze Big Brother heißt. Ey, ist das super. Ja, so, pass auf. So, Max Payne, wie sieht es aus? Die Shotgun habe ich keinen Bock. Die ist so langsam, weißt du? Sheet, ähm. Neh mal hier. Boah, wie viele Leute wir schon umgebracht haben, der Typ. Richtige Killermaschine. Ja, ich hab ganz vergessen, dass es, ups, dass es Mona auch noch gibt. Ich dachte eigentlich, dieser eine Typ, den wir vorher erledigt haben, der mit dem Baseballschläger, weißt du? Der wird auch dazu gehören, zu dem Trio. Habe ich, äh, heute schon in Erinnerung gehabt. Hallo, mein Lieber. Max Payne's coming for you, baby. Ist doch hier, oder? Hä? Guck mal, da steht da. Alter, Licht hier, ey. Was? Ja. Natürlich kommt da wieder einer drauf, weißt du? Okay, wenn ihr so spielen wollt, Boys, gerne. Fuck you. Boom. Okay. Ich hoffe, das war's. Gut. So, äh, ich wollte mal kurz gucken, ob wir die Sachen hier irgendwie kaputt machen können. Weil da sind nämlich oft, äh, Painkiller drin. Die brauchen wir. Wie der Name schon sagt. Ha! Schade. Okay, okay, ähm, können wir die auch hier? Ne. So, ich nehme erstmal direkt beide. Immer so schade, direkt dann beide, beide zu benutzen, weißt du? Casa de Angelo, finally open. Okay. The weekly NYC restaurant review, Casa de Angelo. Alles klar. Gut, 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 gut. Ah, ist immer blöd, wenn hier so... Wenn du grad nicht weißt, wann wo die kommen, weißt du? Hä? Wow! Boah, hast du das gesehen? Manchmal erwarten die auch, ne? Die sind so richtige Penner. Ah, shit. Okay. Ja, es ist so dumm. Ah, hier. Painkiller. Hammer. Okay. Boah, manchmal warten die so in der Ecke, weißt du? Ihrer dummen Schrotflinte. Du musst immer ganz genau gucken, dass du hier nicht irgendwie dumm rumläufst. Ach, krass, man kann die Feuerlöscher auch kaputt schießen. Shit. Nein! Wieder in der Ecke, weißt du? Ah, ich pumpt dich voll Blei, mein Lieber. Okay. So, haben wir hier schon alles gedootet? Yes. Fuck, fuck, fuck you, fuck, fuck. Oh, hier mit einer Duo Ingram. Shit. Okay. Gut, 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 gut. Können wir das hier kaputt machen irgendwie? Nee, ne? Okay. Ingram Ammo Full. Die muss man immer ausnutzen. Wenn man da voll hat, dann muss man die immer ausnutzen. Dass man da richtig ballern kann. Äh, Frage, wo muss ich denn lang? Ach, hier. Sind gerade im Weinkeller, ne? Hier hat ein Mafia-Boss, ey, haben zu viel Kohle. Okay. Warte mal. Hier ist irgendwas zum Klicken. Okay. 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 Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh fucking yeah. Äh, können wir hier irgendwas aufmachen? Irgendwas im Kühlschrank drin? Pass mal auf, ich geh mal hier durch. Okay, geht nicht. Wir müssen hier durch. Das ist wie so eine Boss-Musik, ne? Oh 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 oh. Guck mal, guck mal. Oh Gott. Boah, da müssen wir aufpassen, ey. Scheiße. Das ist dein Ernst? Okay, einer ist rück, glaub ich. Oh 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 oh, come on. Ja, geil. Ah, nein, nein, nein. Warte mal, das muss ich hier mal ein bisschen gucken. Das muss ich hier schaffen. Oh, come on. Mann. 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 So. Ich glaub, den Rest mach ich hier mit der Ingram. Oh, Big Brother. Big Brother. Fuck this shit. Nein, 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 komm. Ey, das ist doch, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Was ist denn da mit denen los? Ja, geil, geil. Okay, ganz im Ernst. No way. No way, schaff ich nicht. Schaff ich nicht. Das krieg ich hin. Ich muss da hier weitermachen mit der Cheap Tactic. Oh Mann, der ist da festgehakt. Mann. Grad bin ich ein bisschen nöckelig. Der lebt ja immer noch. Was ist denn das für einer, ey? Geiles Gesicht. Ach so, ich dachte, die beiden wären auch, äh, ich dachte, das wäre das Trio gewesen. Shit. Kann ich kurz mal bitte verschnaufen, ey? Das ist ja unmenschlich. Sorry, aber das ist unmenschlich. Die Kugeln ausweichen wie ein Boss. Okay. Boah, also, ganz im Ernst. Boah. Ich brauche Pain-Killer, Mann. Keine Pain-Killer hier. Wir müssen das aufmachen. Der ist halt Eagle. Ja, vielleicht nehme ich die ein bisschen. Ganz im Ernst, ich brauche dringend Pain-Killer. Da ist zu. Könnte ich jetzt hier jetzt... Oh, Ingram-Ammo ist voll. Boah, wieso sind hier nicht ein paar Pain-Killer drin, weißt du? Shit. Hier ist ein Beagle-Ammo. Haben wir irgendwas hier vielleicht in den Dingern noch drin, ne? Ich muss kurz noch ein bisschen was gucken. Ach, hier liegen sie rum. Ups. Blindfisch, ey. Okay, ich warte kurz, bis sie sich aufgeladet haben. Die Musik ist aber gut. Was dauert immer so lange? Kurz mal gucken, okay. Ah! Da oben, da oben, da oben. Moment, Moment. Frage ist, kann ich hier kurz rausgehen, oder... Aha. Da hängt er rum. Also Spacken, ey. Okay. Ja, hier wird's gerade... Gerade haarig sind, können wir's gar nicht machen. Geil, guck mal, die Bilder auch. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Ja, 100% ist der immer drin. Okay. Wow. Hinter der Blume, hinter der Blume versteckt er sich. So, weißt du, hier, siehst mich nicht. Hab ich ja echt nicht gesehen. Äh, okay. Hier wieder Max Payne, der Musiker. Sehr geil. Sehr geil. Geil. Okay. Ah, mach doch die Tür auf. Oh, oh mein Gott. Hier ist jemand dahinter. Hast du gesehen? Da war jemand hinter der Tür. Ich konnte die aufmachen. Ah! Okay. Ah, wir haben keine Dual Ingrams mehr. Bisschen wenig Muni. Oh, Painkiller. Sehr geil. Drei Stück habe ich noch in, in, äh, in petto. Sehr gut. Da oben. Boah, ein Dual Ingram. Der ballert hier mega rum. Hat er mir nochmal einen gegeben, weißt du? Okay. Boah, die sind hart. Das ist super schwer gerade. Das ist so unglaublich schwer. Ey. What? Wie kann ich denn hier treffen? Boah, diese fucking Leute hier. Boah. Ne, das ist, das ist, das ist unmenschlich. Das ist echt unmenschlich. Guck mal, wie die, wie die, wie die ballern. Ja, ist gut, ja. Okay, hier ist es, ich schaffe es nicht. Ich schaffe, ich kriege es nicht hin. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier, warte mal. Boah, ey, ey. Boah. So, der andere ist da oben, ne? Okay. Scheiße, ich wäre da drauf. Okay. Boah, ey. Hier ist echt, hier ist echt hart. Hier ist echt hardcore. Das heißt, wir müssen, ähm, hier lang. Ich würde gerne mal so eine Statistik wissen, wie viel Quicksafe per Minute ich hier habe. Oh, das war nicht gut. Brauche ich eine andere für. Es wird generell relativ schwer hier gerade. Boah, direkt eingegeben. Ja, geil. Das kriege ich noch nicht. Boah. Ich weiß, ich weiß nicht. Okay. Das lief relativ gut gerade. Ah. Okay, ich überlege mal, ob ich es hier vielleicht kurz rausschneide, weil das wird noch sehr lange dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich wieder. Okay. Oh, mein Gott. Das hat so lange gedauert. Mit sicher 30 Tries oder so. Ungelogen. Boah, hat das lange gedauert. Das ist aber auch der Boss hier. Mit seinen Leuten. Boah. Äh, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Boah, ganz dringend. Handkiller. Jetzt haben wir hier Shotgun. Warte mal, wir haben nur noch auch die Dingens, ne? Die Sniper Rifle. Das ist immer ein One-Shot-Kill. Okay, wir müssen noch einen töten. So, das war's für die Folge auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Max Payne at large. I had just gotten my 15 minutes of fame. Das war's für die Folge auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020